Meine Damen und Herren, willkommen im Auktionshaus Pfenn. Heute stehen zur Versteigerung Gegenstände, die der Schauspielerin Romy Schneider zugeordnet werden können. Den Leuten hat's gefallen, dem Publikum hat's gefallen, also weiß ich nicht. Ich bin eine Schauspielerin, mehr nicht. Ich kann nichts dafür, wenn ich mich nach Massenhofen sehe. Die Liebe eines Volkes hat mich zu seiner Königin gemacht. Ich werde ihm dieselbe Liebe entgeben. Wo ist denn der Papier? Im Wald? Oh, ich habe immer weggeschlafen. Sechs Kilo voll der Haare. Ich sterbe jeden Tag. Die Hände und die Knie zittern. Wie ich aus dem Auto aussteige, meine Grisur, ob ich erwachsen werde. Alles diskutieren Sie. Sie sollen mich nur auf der Leinwand anschauen. Also, der Mariska steht bereit. Und die Filmgesellschaft, die setzt auf ihren leistungsstärksten Motor an. Sissi. Ich spiele nicht. Fräulein, die Nation will ihre Kaiserin. Du hattest ein Flugticket nach Köln. Das wollte ich auch. Aber ich will leben. Ich will lieben. Ich will mich künstlerisch entwickeln. Ein neuer Mensch werden. Ich wohne jetzt bei Long in Paris. Das heißt, wir wohnen bei einem gekerlichen Freund. George Bo. Das hat mich berührt, Terminette. Jetzt hast du verstanden. Die Beziehung zu einem anderen Menschen ist etwas Feindes, Kompliziertes. Und etwas, das schmerzlich sein darf. Ja. Du selbst. Unser Alltag ist oft voll Schmerz. Die nächste Szene wird ähnlich intensiv. Claude, du bist ein Ding. So, das habe ich gestohlen. Ihr Regisseur, ihr versucht immer in meine Seele zu rauben. Für den einen Augenblick auf der Leinwand. Und manchmal ergebe ich euch etwas davon. Manchmal aber auch gar nicht. Aber von dir will ich behauptet werden. Total. Untertitelung des ZDF, 2020